so ein wunderschön spät nachmittag an wir kommen zur overwatch ich dachte mir ja wir machen jetzt einfach weiter overwatch da ich gerade nicht viele andere möglichkeiten habe oder lust drauf habe zu spielen vielleicht schaffen wir es heute den scan freizuschalten und das hat ja nicht dran sondern findet noch fünf siege zu machen damit wir die wöchentliche belohnung haben totales chaos aber viel vor allem mal event das ist die neue map machen wir das mal in der wartezeit bekommen wir auch noch mal diese map hat es der furcht bei der furcht jeder tod bedeutet ehre sie sind in führung gegangen erlösung aber die map hat schon eine gewisse ähnlichkeit zu einer anderen map glaube ich nur in 1 versus 1 zu spielen kann also jeder tod bedeutet ehre war es uns hinter noch vier leute bedeutet erlösung ich weiß gerade echt nicht wie die andere mehr preis weil man die eigentlich wirklich nur eliminierung oder ein wirst du sagen es bekommt also es ist so eine kleine map jetzt müssen wir doch warten naja was ist das mal jetzt haben wir was Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Ja, haben Sie doch. Drei, zwei, eins, los. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Oh. Mann, Herr Gitter. Generiere biotische Sphäne. Glaubt nicht, ihr könnt mich von meiner Mission abbringen. Schaut mit den Augen des Drachen. Ah, ich habe immer noch irgendwie Schwierigkeiten damit richtig zu ziehen. Ah, direkt. Ein unbedeutender Rückschlag. Ah, das gibt es noch nicht. Noch einmal. Kann man sich hier irgendwo rein? Oh, wow, da kommt die Rache jetzt. Ein unbedeutender Rückschlag. Drache sieht euch. Ist das alles, was du kannst? Ah, jetzt kann ich doch ziehen, ja. Interessant. Was ist das für eine Merkla? Ach, etwas verwirrend. Seht, was unsichtbar ist. Der Gegner braucht 15 Kills für den Sieg. Schaut mit den Augen des Drachen. Dritte mit zwei Kills, wow. Ein unbedeutender Rückschlag. Der Drache sieht euch. Wie geht's? Keine Herausforderung. Ah, nein, das zweite. Ziele erfasst. Eure Zeit ist abgeleitet. Perfektion. Perfektion. Sehe, was unsichtbar ist. Verdammt. Das ist eure gerechte Strafe. Ziele erfasst Seht, was unsichtbar ist Ist das alles, was du kannst? Ah, nice. Du bist nichts. war nur noch vier leute kommen was ist das noch einmal es ist so nah dran Sie sind in Führung gegangen. Besser. Also, wo waren wir noch gleich? Ich werde deine Ehre wiederherstellen. Ziele erfassen. Schmiss. Ich gebe nie auf. Das ist eure gerechte Strafe. Wow, wo kam die jetzt plötzlich wieder? Noch einmal von vorne. Ziele erfassen. Zu einfach. Das ist mein Wille. Schau. Die Augen der Kraft. Und nach mal. Die Hand ist überall. Du bist bei mir besser aufgerufen. Na ja, wow. Noch einmal. Äh, die Runde ist eh wieder hier um. Ach, die Wache zieht euch. Guck noch. Noch 60 Sekunden. Nice. Oh. Oh. Uff. Da wäre ich jetzt echt fast runtergefahren. Hallo? Ich bin wieder bereit. Ich bin wieder bereit. Spür die reißende Kraft. Ich bin wieder bereit. No. Ich bin wieder bereit. Ich bin wieder bereit. Ich bin wieder bereit. die jetzt noch ein kill macht gerade noch der größte Platz und 3k, nice ich bin 14 mal verreckt und hat 14 kills gemacht ja gut läuft er er kann nicht wieder eine Luftbox ausmachen ist das dein Ernst jetzt willkommen in Malevento ja gut läuft ja gut läuft und warum muss ich jetzt wieder warten das ist bescheuert ja was habe ich denn jetzt alles aus der autobox bekommen dann passt sie uns gerne ne aber das können wir echt geil gewesen ich habe nur so wenig credits off ja ich habe dann sag spray auf das ist geil alles ja auch wieder ein sprayer aber kein scanwills aussieht willkommen in Malevento ich werde die 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 Sie sind in Führung gegangen Schaut mit den Augen des Drachen Wow Okay Noch einmal von vorn Ziele erfasst Schade Ach komm der hatte Heilung bekommen Ich werde meine Ehre wiederherstellen Schaut mit den Augen des Drachen Ich bin wieder bereit Ich bin wieder bereit Führung verloren Ah, der hat schon nachfällt. Ah, der hat schon. Oh, shit. Oh, shit. Erlebt die wahre Realität. Erlebt die wahre Realität. Erlebt die wahre Realität. Erlebt die wahre Realität. Ich bin wieder bereit. Erlebt die wahre Realität. 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 Schade. Erlebt die wahre Realität. 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 hey Hallo Willkommen in meinem Dojo Hallo Aus einer Ecke Oh, ich war noch nicht ganz fertig Oh, was denn Nee, okay Wir haben jetzt doch rausgefunden Bereiten Sie sich auf den Kampf vor Wählen Sie Ihren Helden Drei Zwei Eins Los Jeder Tod Bedeutet Ehre Ehre Bedeutet Erlösung Schaut mit den Augen des Drachen Bedeutet 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 Auf Seh was Unsichtbar ist Ziele erfassen hä was sind denn alle ja der Gegner brauche ich 15 Kills für den Siebz oh ich brauche ne ah zwei Tracer, sie sind ja richtig nervig glaubt nicht, ihr könnt mich von meiner Mission abbringen oh schaut mit den Augen und natürlich kommt da noch ein Genshin von hinten noch einmal von vorn was ich werde meine Ehre wieder herstellen die Stunde hat geschlagen ja genau das wollte ich ja nicht verhindern als noch einmal ich werde meine Ehre wieder herstellen der Gegner braucht 10 Kills für den Siebz Schaut augen des Drachen du 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 Ich bin ein Wettbewerb. das ist eine truhe oder so ja ja das sind alle richtig gut leicht dass ich mich nicht besiegen das könnte schwieriger werden auf dem vierten platz zu bleiben noch höhe zu kommen ja ich dachte mir schon dass sowas kommt ich werde meine ehre wieder herstellen natürlich alles was du kannst ich werde meine die tracer ja stimmt die tracer sind so richtig schon ich habe ich habe es ich habe es ich habe es Ich bin dabei! Das ist nicht so gut! Kup! Ryo, yo! Waka, ich kriege euch Kurei! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Fütter. Naach. Sind die Tür alle da immer. Ah, ich kann mich gar nicht sehen. war ich bin einfach zu tun die tracers zu treffen am ende wurde ich noch auf dem letzten platz zurückgeworfen scheiße und trotzdem bin ich halle hat das games geworben wachst du zuhörer schade kann ich mir jetzt einen neuen später anschauen oder ist es nicht möglich hier und schon dann nichts aber was jeder tod bedeutet ihre Ihre bedeutende Erlösung. Drache, sieh euch! Du warst mir nie ehemütig. Sie sind in Führung gegangen. Seht, was unsichtbar ist. Ah, ja. Das gibt's doch nicht. Noch einmal von vorn. Seht, was unsichtbar ist. Führung verloren. Schaut mit den Augen des Draffens. Perfektion. Dritte, aber. Der Gegner braucht 15 Kills für den Sinn. Das gibt's doch nicht. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ich bin ein Kugel. Scheiße. So leicht lasse ich mich nicht besieden. Ich kann fliegen! Oh, was? Es gibt so eine Art. Okay, der wechselt zwischendurch, der... Ah, was ist das? So... Ich werde meine Ehre wiederherstellen. Ich werde meine Ehre wiederherstellen. Ich werde meine Ehre wiederherstellen. Ich habe auch schon mal einen Wehrschrank gemacht. Wie weit kommt der Mittenwurf da? Unglaublich. Ein unbedeutender Rückschlag. Ich bin mittlerweile das Sexta, wow. Skids machen. Schaut mit den Augen des Drachen. Die Stunde hat geschlagen. Die Stunde hat geschlagen. Und mein Internet krackt gerade richtig ab. Ja, ich komm, ey, was ist das? Ne, okay, mein Internet hat gerade absolut keinen Bock. Siebter, ey, komm, was ist das? Es hat so schön angefangen. Ich wundere die Leute mit ihnen zu sehen. Der Gegner braucht noch drei Kills. Noch einmal. Der Gegner braucht noch zwei Kills. Ich muss meinen Namen rein warten. Seht, was unsichtbar ist. Der Gegner braucht noch einen Kill. Macht euch auf einen bewältigen Schein. Wache sie für euch. Match abgeschlossen. Highlight des Spiels. Was haben wir da gemacht hat? Ja, genau der Moment, wo mein Ende gerade irgendwas zur Scheiße war und ich mich überhaupt nicht drehen konnte. Geiles Highlight. Das Spiels. Man kann alles hacken. Und jeden. Ja. 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 Und das ist jetzt schon wieder dunkel. Ja. 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 Dann habe ich noch für37 etwas neues. Es brauch. du bist der warst jeder hat seine dämonen man sehen was denn da eine lüte buchse ist was das ist zur tür spieler kann auch sieht doch besser aus das ist so etwa nicht zu erschnecken und spruch von der oben schütze verschwand in der dunkelheit so kurze pause da machen wir weiter überraschung sein oder klassisch und wenn ich wieder kommen gibt es mehr licht so das geht euch so Vielen Dank. 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 And so. Seid gegrüßt. Drogenschütze verschwand in der Dunkelheit. 5, 4, 3, 2, 1, Angreifer nähern sich. Halten Sie die Fracht auf. Ziele erfasst. Zeig den aus welchem Zeit bist. Barriere ist hoch. Barriere aktiviert. Der Drache sieht euch. Eieieiei. Ach, verdammt nochmal. Seht, was unsichtbar ist. Schaut mit den Augen des Drachen. Oh nein. Da sind sie Eingegnerster. Mein Internet zur Scheiße. Ich bin geheilt. Das gibt es doch nicht. Ich bin wieder bereit. Scheint die Saukosten verlassen. Da sind die Hexker. Ach, verdammt nochmal, ey. Sonst jetzt waren wir nicht egal, wie das so schöne Raum gekackt. Ihre Sicherheit ist mein oberstes Gebot. Oh, das ist nicht mittlerweile etwas. Jedees verdammte Mal. Ich empfehle dringend, jeder meiner Beine anzugleichen. Ah, die haben eine Bastion, ey. Habe ich gar nicht beachtet, gesehen oder so. Wenn Yatta ist hier. Das wahre Selbst ist ohne Form. Winston hier. Hier herrscht Chaos. Meditiere über dein Anhalt. Seht mal, warte lesen. Durchschreitet die E. Scheiße. Reion, weiter, teckte okurall! Scheiße. Die Flucht hat den Checkpoint erreicht. Ihre Sicherheit ist mein oberstes Gebot. Soja 76. Bereits zum Einsatz. Heilung platziert. Bankfeind. Hey. Grüße. Bitte bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit. Soja 76. Bereits zum Einsatz. Ich habe den Feind gefunden. Kommt raus und stellt euch. Ich weiche nichts zurück. Barriere aktiviert. Glück ist zwecklos. Meine Verlierung bringen wir im Schuss. Das ist dein Feind gefilmt. Ich bin leidenschaft. Das ist ein Feind gefilmt. Das ist dein Feind gefilmt. Und du rustst. Ich denke ich bin leidenschaft. Ich bin leidenschaft. Oh Gott, der Hanse, ey. Einfach zu brutal. Mein Gott, zu Hause nicht! Gott bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Verlösung. Sehe, was unsichtbar ist. Einfach zu Hause! 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 Bei mir wird nicht gestorben. Nein, ey. Jetzt hätte ich einen Supporter gehabt. Der Gutein hatte keinen Grund für über ihn gesagt hatte. Einheit des Spiels. Ja, ist so klar, ey. Was ist so da? Miss Gaga. Egal. Egal. Irgendeine Erhaltung hatten wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ja, aber... Machen wir mal einfach. Drei Siege noch. Und einspielen noch bis zu dem Scan, okay. Drei Sieg. Drei Sieg. Ok. Drei Sieg. Drei Sieg. halloween was ist da noch ein paar neue was das skelett und wir pläger und sogar zwei neue da war es braucht sie dann war am besten aus angreifer in 30 sekunden erwartet da muss ich ihn doch den skin noch ändern das sieht nicht wirklich passend aus was hat er dann 1 kino maß jeder tod bedeutet ihre bedeutet wow event so weit Man kann alles hacken, und jeden. Das sind die spätere Netzlichtungs. Ist ja jetzt nicht gerade schlau. Als ob der Mächte trifft. Ich bin sofort wieder da. 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 Heute sind wir alle Soldaten. Ich bin sofort wieder da. 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 Schwierig, schwierig, schwierig. Persönlichkeitssynchronisierung 100%. Schön zu. ich bin sofort wieder da. Hat Gott. Er ist so schwierig, mal ein Sieg zu machen. natürlich na komm Silvashana einfach und Zifatzerkitz zwei Golds oh Und dann geht's auf 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 der an auf 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 Was ist das? Schadenslost ab die So gefällt es, was wir hier hin zu stellen Ladies and gentlemen, ich präsentiere meine neueste Schöpfle Ähm Erfragte, kein feinchen Schöpfle Man nennt mich McCree Meine Sorgen, ich weiß, es geht mit eurer Schöpfle Immer unterbricht nicht jemand seine Arbeit Beginnere Generationsverfahren Kann man mit kein feinchen Schöpfle Bin bei dir Schade den Gegner im Auge Zeichnen! Kann man mit kein feinchen Schöpfle Ich kärfe dich wieder Generiere biotische Sphäre Er passt am Arsch, er Zurück Geht Der 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 Ich kann ein guterliches Geschütz machen. Meine Diener, sterbe nicht! Unterdurchscheuern. Doch, die Wüste sind hier vorne. Auf diesem Bereich. Feindliches Geschütz voraus. Passt auf. Feindliches Geschütz zerstören. Ich brauche keine Hälfte. Ich brauche keine Hälfte. Das ist eure gerechte Strafe. Ach, scheiße. What the fuck? Ich danke schön. Zielpunkt verloren. Meine Verteidigungsposition. Zielpunkt B. Das Runden muss ins Ecklige. Aktiviert. Rein da! Rein da, rein da, los! Geh mal fest! 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 Passt auf. Schnurz. Die Wüste ist Geschütz voraus. Ah, der Dreck. Geh mal fest! Ach, verdammt nochmal, ey. Ich hab unnicht. Niederlage. Loppelkill 3. Oh, ja, der muss zerstört. Ach, dann hab ich schon mal, okay, eine Anerkennung gegeben. Ist das jetzt mal möglich, dass wir noch ein Dressier machen können? Für die letzte Lootbox? Oder nicht so. Ja, komm, nehm, wir verstanden, dass wir zum Besten. Aber jetzt sind alles ganz klar aus. Ach, ne, ne. Ist doch nicht mal. Nur wegen dem Hintergrund ist alles jetzt zu dunkel, okay. Haben wir jetzt was? Nein. Oder noch, du? Willkommen in Blizzard World. Oh, ja, Tom, ja. schon wieder mörschen kipzer Ja? Nein, wo entsprechend Maschinen ist? Etwa cannot meet the truth Is this Franken right? I am achtergr是的 Ich hab' dir gerufen. Bedauerlich. Zurück in den Kampf mit dir. Danke. Sammelt euch bei mir. Sammelt euch. Kämpft mit mir. Seht mal. Verdammt noch mal, ey. Warum müssen dir auch einmal Dierks Vorstimme? Das wahre Selbst. Das Ziel muss verteidigt werden. Das Ziel muss verteidigt werden. Ich verstehe. Das Ziel muss verteidigt werden. Doch. 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 Ach. Ich hab' einen Gelwein. Ich hab' einen Gelwein. Diese Runde geht dann. Ach. Verdammt noch mal, ey. Was ist das denn? Ich habe mich richtig, Slothmann. Ich habe mich richtig, Slothmann! Wir sind sofort wieder da. Rein da! Ich kriege dich wieder hin. jetzt wird es heiß du hast das feindliches geschütz zerstört nice aktiviert aktiviert Voll gehackt, jedenfalls jetzt zum Nichts. Wie das mit einer Extra-Portion? Ja, nice. Wie das mit einer Extra-Portion? Wie das mit einer Extra-Portion? Ach, verdammt nochmal. Heute ist ein guter Tag, um Kars zu Steffen. Das ist ein guter Tag. Das ist ein guter Tag. Das ist ein guter Tag. Ah, cheers! Ein, Mann! 2. 3. 3. 4. Oh man ey, das war auch nicht wirklich schade. Man kann alles hacken. Und jeden. Oh ne Sondra. Hier drüben ist ein fändliches Schicksal. Gleich viel besser. Seid abzuhauen. Fang da auf den Dabang. Oh Junfa. Oh. Hallo. Oh. Zeitreden. 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 So grad. Maximale Energie. Ah, das kann doch nicht sein, ey ey. Das ist nicht so groß. Oh nein, das ist einfach so groß, was ich spiele. Ah, ne. Ich spiele die ganze Zeit. Oh. Ah, das ist ein sehr, sehr ruhig. Ach. Ach. Die Barriere ist instabil. Man kann alles hacken. Und nicht jeder. Eben und so. Die Systeme. Pabrecito. Bin sofort wieder da. Get down. Noch 30 Sekunden. Alrighty. Oh du bist du? Ja. Hallo. Guck. Welche Teile sind jetzt die, die? Ja. Lass mich mit. Ja nice, das gewinnen wir noch. Was ist das für ein? Nice. Wir haben es doch noch irgendwie bekommen. Schön. Okay, schön. Jetzt höre ich ihn auch, oder so. Einmal Silber, einmal Brasen, okay. Schön. Dann haben wir direkt wieder das nächste Spiel gefunden. Ja, gut. Tracer. Oh, es geht schon los, ey. Okay. Ja, wir sind gemeinsam. Oh, es geht schon los. Dreck. Oh, Toyota. Ahja. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Agape Merkert. Fahrer hier. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Was ist das für ein Schlimmer? Hüßchen. Geht. Kritisch. Unterdrückungsfeuer. Ergeben Sie sich? Oh, dieses Potenzial. Was? Was? Du hast mir so viel gemacht. Was? Wie ist das denn? Zurück! Ah, die sind zu gut. Ich hab dich in die Siege. Man kann alles hacken. Und jede. Noch 10 Minuten, wir haben fast keine Zeit mehr. Haltet euch dran! Was ist das denn da? Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Das ist jetzt vorbei. Highlight des Spiels. Deku. Wow. Naja, lassen wir mal. Es fehlt noch zwei Siege. Ja, ich glaube aber nicht, dass wir den auch irgendwie machen können. Heute noch. Ich denke, ich gehe jetzt auf. Ich hab jetzt schon wieder genug. Noch, äh... Nicht mal ne 100 Minuten. Hatte man, Leute... Ähm... Morgen würde ich denke, es ist eine lange Woche. Oh, ich bin müde. Ich bin noch ein bisschen chillen. Und dann schlafen. Weil ich morgen wieder früh rausmaß. Und dann, äh, ist endlich vorhanden. Und ich hab dann Zeit, äh, länger zu spielen. Weil gerade bin ich müde, ist in Karo und. Naja. Also von daher bis... Morgen oder so, Leute.